Also, wir wollten uns mit euch zusammensetzen, weil wir euch etwas mitteilen möchten. Wir lassen uns scheiden. Wie bitte? Scheidung. Wir. Wer ist wir? Na, wir beide. Sie und ich. Wir zwei. Euer Vater und eure Mutter. Ist ein Witz. Spend ihr? Ich verstehe es nicht. Wer geht jetzt? Ich. Und wer will das Sorgerecht haben? Sie. Ich verstehe Sie immer noch nicht. Entweder Sie werden sich einig über Ihre Uneinigkeiten oder wir lassen die Kinder entscheiden. Was? Papa meinte, wenn wir nicht bei dir leben wollen, würdest du dich umbringen. Das hast du gesagt? Nein, das stimmt nicht. Ist es das, was du willst? Krieg? Anscheinend willst du Krieg. Ich will Krieg. Oh ja, das steht fest. Oh ja, ich will Krieg. Ja, dann bekommst du Krieg. Aber kein Kahlschlag. Och, mein Häschen. Kurz ist modern. Was soll denn der Scheiß? Das sieht trendy aus. Auf weniger als zwei Meter tut es weh. Aua. Papa, bist du verrückt? Auf weniger als einen Meter tut es sehr weh. Wie, macht's euch keinen Spaß? Tolle Neuigkeiten. Papa hat ein neues Häuschen aufgetrieben. Willkommen bei mir. Das ist ein Albtraum. Au! Du hast mir eine gehauen. Jawohl, aus eins macht zwei. Ihr Jungs vergleicht doch immer, wer den größten hat. Du hast deinen noch nie gemessen. Hat hier jemanden lineal? Weiter so, Juliet. Fick ihn, fick ihn, fick ihn. Schlachte den Sushi-Fresser. Was trinkst du da? Ein Bourguet. Etwas trocken. Du bist erst neun. Ich muss jetzt schon ziemlich viel vergessen. Du bist noch nie. Wir sehen uns schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017